Es geht weiter mit Metro 2033 und heute LP ich nicht alleine, sondern hier ist auch noch ein Gast und zwar... Gamer 97! Ja, ich bin Simil No More, das ist er. Er wird es mitkommentieren. Ich mach mal ein Fenster zu Trostregn, irgendwelche Leute. Uah, so. Okay, ähm... Okay, er hat Kontakt. Okay, es geht weiter. Hier, halt mal. Äh, ja. Äh, ja, ich... Da hinten ist eine AK, darauf habe ich ihn kurz hingewiesen, weil viele haben die übersehen. Die hätte ich sonst nicht gesehen. Und ja. Ähm, ich kann sie jetzt tauschen. Gegen die Bastardpistole? Was ich natürlich auch mache. Jetzt hab ich schon mal eine AK. Also die von Birben. Da, und das leckt. Für den Anfang. Gequietsche. So, wow, 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 wow. Jetzt kommt wieder der Wurfmesser-Murf. Sieht der dich nicht? Nö, wieso denn? Hallo, ich hab doch gelesen. Ja. Hat's verfehlt. Wahrscheinlich. Nein, ich verfehle aber nicht. Slack. Licht geh aus, du scheiß Licht. Ja, dann, äh, pausieren wir kurz, oder? Warum? Das wird schon noch wieder gut gehen. Warum kann ich nix aufnehmen? Hallo, bin ich überhaupt hier am Spiel? Ach so, man muss irgendwie aufschladen, oder so. Keine Ahnung. So, jetzt kann ich auch alles ausmachen. Zu zweit. Okay, das war mal... One hit, two hit, two kill. War mal ganz gut. Nein, die Schuld will ich nicht. Munition und Granaten. Dürfte noch besser gehen mit der Zeit. So, um. Haha, das Blut, wo man Wurfmesser getroffen hat. Hast du's schon wieder? Hier ist eine Waffe, eine Bastardpistole mit Schalldämpfer. Ich würde das Magazin nehmen. Ich nehme natürlich auch das Magazin. Und natürlich alle Munition, die hier rumliegt. Okay, habe ich alles genommen. Aber ich nehme nicht die Waffe. Nukleares Fass mit nuklearem Inhalt, Wartegrad. Schalldämpfer. Strahlen des Fach. Äh, Fass. Ach, du, Strahlen. Ah, heff, äh, ich hab geklingelt. Ja, soll sein doch, wenn man reingeht. Ich krieg jetzt auf die Fresse. Und ich zock auf. Schwer. Sehr schwer. Also das Schwerste. Mach die Augen auch gut. So. Was ist denn jetzt passiert? Ich schätze, deine Granate oder sie haben nur einen nicht müssen. Wow, okay. Letzten Speicherpunkt lernen. Vielleicht sollte ich die Trott doch nicht. Äh, nimm die AK. Ne, nimm nur die AK. Äh, dann nimm die AK. Äh, dann nimm die AK. Die sich viel besser hat jetzt fünf Schuss. Ich hab die AK schon längst. Hätt dir mal meine alten Let's Plays richtig mit Aufmerksamkeit angeschaut. Ja. Ja. Was? Fuck. Jetzt hab ich verarschen. Hä? Wo ist der Typ? Ne, jetzt kommt noch ein zweiter leider. Man hört ihn ja schon so hässlich fallen. Das leckte man noch ein bisschen. Ja, komm. Das ist nicht. Das ist ein Back. Dann nur pfeift die Römer was. Das sind die Leute alle. Nimm mal gerade alle nach oben. Nein, das sind die getauscht. Ja, das stimmt. Ach stimmt, du bist in einem Teil. Nachwärm. Ich lauf dieses Mal nicht durch das Dom-Teil. Hat wahrscheinlich alle, ja, alle gehört, war ja klar. Ja, wenn ich scheiße sag. Scheiße. Ich doch nicht. Ähm, er hat jetzt unseren eigenen Kanal. Ja, super Dauerzocker. Ja, mhm. All deine Sachen. War noch ein Wurfenmäßig. Gehärm. Das war Patronenverschwendung. Ich hab ihn erwischt. Und die Lampe? Dann sieht er mich nicht so gut. Auf die Entfernung sich du eh nur schlechter. Achtung, nach vorne ist ein Falle, die Leer macht. Ja, ich bin jetzt eh alle, dass ich hier bin. Trotzdem. Dann wissen wir genau, wo du bist. Oh ja. Wird schon passen. Nein, 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 nein. Zurück. Ich mag es lieber gehen, Menschen zu kämpfen, weil die haben Mund dabei. So, ich hab einfach mal aufs Licht geschossen. Ähm, auch wenn ich grad nicht tocke. Ja, ich zog's ja, klar. Ich wissen, ich hab mich amizient hier alles vergammeln. Ah, da oben sind welche. Ich schätze mit dem Schirr. Ich bin schon wieder tot. Ja. Ich schätze, es war eine Schrott. Nie, eine Maschine. Apropos Schrott, du könntest mal mit einer Schrott zocken. Da hab ich schon genügend. So, ähm, jetzt mal werd ich ein bisschen abwarten. Manchmal kannst du, versuch mal nochmal nachzuladen mit der Schrott. Manchmal kannst du dann noch ein drittes oder zweites Mal. Ähm, Gamer 97, ich bin nicht irgendwie behindert oder so und weiß das nicht. Ja, vielleicht weißt du es nicht. Ich weiß alles. Wo ist denn ich in das schöne Mikrofon? Was meint? Ja, wir benutzen Seins. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, ja, jo. Ich bin so ein Gammler, der sich... Der bei einem Gammeln muss sein Mikrofon zu schlecht ist. Genau, nein, das ist immer meins. Das hier gar nicht. Ja, deswegen ist ja auch so schlecht. Ähm, so, alles geklaut. Das ist jetzt nämlich kein Headset. So, nee, das ist so ein... Was ist denn das? Äh, so ein Teil, was man ein Ohr hält und dann reinredet. Genau. Also kein Glück, ich hätte es halt. Hast du erst gesehen? Ja. Ich hatte ungefähr eine halbe Sekunde zum Reagieren, ich war tot. Ja. Realismus. Hm. Ranger Hardcore oder wie heißt es? Ja. Ähm, ich nehme diesmal die Akad. Das ist so, dass der Pistole dann im Stuhl diesmal keine Schallgelämpfe. Nein, warum denn, ich werde ihm entdeckt. So, ich finde es, dass man nicht freisprechen kann. da das setzt sich hin die Tue nicht der Köln nach unten abgesagt sind die nach unten absacken die Wurfmesser ja ich wusste es trotzdem nicht So, ich werde jetzt gleich ein bisschen Sound machen. Ja. Kann man den eigentlich anlegen? Alter, willst du mich verarschen? Schrot. Ich habe noch nicht einmal abgedrückt gehabt, da war ich schon tot. Ich habe geworfen. Und dann war ich tot. Okay, ich weiß, es ist gerade ein bisschen zäh. Ausnehmen. Nein. Ich lerne der Brass. Ich schneide den nichts raus. Das ist der letzte Versuch, oder? Und wenn du es nicht schaffst? Den schneidest du es raus. Okay, das scheint ein ziemlich tot. Achtung, Granate. Ich war ein Schuss. Ja, das ist eine Bastardpistole. Doch, du hast aber die Munition geklaut. So, und die AK soll ja nicht ziemlich gutes Sturmgewehr sein. Habe ich irgendwann mal gehört. Aber nur im Spiel. Nein, das ist eine Bastardpistole. Nein, das ist eine Bastardpistole. Nein, das ist eine wirkliche. Ja, weil sie so billig ist. Ja, das ist eine Bastardpistole. Ja, natürlich, so eine Bastardpistole. So, ich nehme an die Kette. Wie ihr seht. Mal schauen, was es hier noch so gibt. Licht. Ein Gegner. Banditen. Wo alt er sich jetzt noch raus tut. AKs, Patron. Hast du es nicht gerade ausgenommen? Hier? Nö. Doch? Nein, ich wurde doch gleich am Anfang durch eine Granate. Ach so. Spürigstes Schwierigkeitsgrad. Stimmt. Ähm. Soll ich lieber mit der Pistole oder mit der AK? Pistole. Wie es genau und verbraucht will ich in der Mann. Ja, und... Hm. Was ist das? Äh, lieber nicht. Hm. Weil du sie auslösen, was du nicht machst, mal reinlaufen kannst? Okay. An Granate? Ja, das hat man. Ha, da krieg ich immer richtige Aggressionsschübe. Das glaubt ihr gar nicht. Kann ich verstehen. Ich werde es nicht durchschneiden. Können Sie sich überschworen. Damit jeder sein Versagen sehen kann. Ja. Meine Ausrede. Du kannst dann ja reinschreiben, wie weit man vorspulen muss. Bis zum Teil, wo er es schafft. Ja. Mal schauen. Pust. Pust. Vielen Dank.